Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um das Thema Rufbelohnungen, beziehungsweise eigentlich sind es ja Renown-Stufen, die man mittlerweile sammelt bei den einzelnen Fraktionen. Und ja, bitte lacht mich nicht aus, aber ich habe immer noch nicht wirklich aktiv Ruf gefarmt und hänge noch ziemlich hinterher. Aber ich bin mir sicher, bis 10.1 kriege ich die Dinge auch noch voll. Aber es ist ja so, dass wenn ihr eine Stufe aufsteigt, bekommt ihr ja teilweise Belohnungen. Manche davon sind einzigartig, wie dieser Wappenrock. Also mehr als einer bringt euch beispielsweise nichts. Aber wenn man jetzt zum Beispiel schaut, Stufe 25, ihr könnt zwei Ottokreittiere bei Tato in Iskara erwerben. Und in der Regel ist es so, egal was damit gemeint ist, sei es jetzt hier diese Reittiere, hier Drachenwärter-Manuskripte, dass ihr die Dinger in blau bekommen habt. Wenn wir jetzt hier mal schauen, was können wir hier jetzt mal rannehmen, da waren es auf Stufe 15 die Manuskripte für den roten Drachen. Man hat irgendwann Spielzeuge bekommen, wie hier diese Banner der Vereinten Fraktionen. Es gab so Kissen-Spielzeuge und und und. Diese Belohnungen sind immer so aufgeteilt, dass wenn ihr die Ruhmstufe erreicht, könnt ihr euch, sofern mehrere Belohnungen zur Verfügung stehen, durch eine Quest bei der jeweiligen Fraktion eins aussuchen. Das kriegt ihr dann umsonst und die restlichen könnt ihr euch so kaufen. Ich nehme jetzt mal als Beispiel hier den Kästras. Da war es zum Beispiel so, für die verschiedenen Dragons die bronzenen Schuppen. Hat man auch irgendwann freigeschaltet. Ich habe mir einen ausgesucht für den, ich glaube für den blauen Drachen, also für den normalerweise blauen Drachen. Und dann habe ich mir eins noch gekauft. Und jetzt habe ich hier noch das Ding im Angebot für einerweckte Ordnung und 400 Vorräte der Dracheninseln. Ich kaufe das jetzt einfach mal. Das ist prinzipiell, könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber ich sage mal, mir passiert zum Beispiel oft, dass ich was freischalte und die Vorräte der Dracheninseln eigentlich auf Tasche hätte. Meistens, ich habe jetzt ziemlich viel ausgegeben, aber von den anderen Sachen habe ich halt gar nichts auf Lager. Und wenn ich das nächste Mal da bin, habe ich schon wieder vergessen, was ich überhaupt dafür brauche. Oder manchmal kann es ja auch sein, dass ihr sagt, ne, ich würde meine Vorräte gerne aufheben für das und das und kann mir das dann nicht kaufen. So ein Beispiel, wo ich es jetzt gesehen habe, war bei dem Dude hier. Also da gibt es so viele Ensembles, aber ich gebe bestimmt nicht für eine so eine doofe Flasche in der Hand 600 Vorräte aus. Und ne, das ist mir einfach zu teuer. Aber ihr könnt das ein bisschen umgehen. Die meisten werden das höchstwahrscheinlich wissen, aber wenn ihr mit euren Twinks, sofern ihr welche spielt, auch nochmal diese Ruhmstufe erreicht, gehen wir jetzt mal davon aus, jetzt hier nicht unbedingt 25, das wäre ein bisschen too much, aber gucken wir mal hier beispielsweise. Hier schalte ich mit Stufe 13 Drachenwerter Manuskripte frei. Da kann ich mir wieder eins umsonst auswählen und die restlichen müsste ich kaufen. Wenn ich aber mit meinem Twink dann auch Stufe 13 erreiche, kann ich mir wieder eins umsonst aussuchen mit dem Twink. Und dann nehme ich dann natürlich das, was ich noch nicht habe. Und so theoretisch, ich habe jetzt mittlerweile fast den vierten auf Level 70. Ich farben da auch nicht aktiv Ruf. Aber irgendwann kommt man an die Phase rein, wo ich, weiß nicht, mit Stufe 20 kriegt ihr auf allen Twinks 200% mehr Ruf. Und das sorgt dafür, dass man ab und zu auch auf Twinks, wenn man nur mal ein paar Worldquests macht oder Weeklys abschließt, doch mal eine Ruhmstufe aufsteigt. Und dann könnt ihr euch eben die Sachen, die ihr noch nicht habt, einfach umsonst wiederholen, ohne dass ihr dafür was ausgeben müsst. Das funktioniert, so wie ich es bisher gesehen habe, bei fast allen Sachen. Also ich glaube, ich habe jetzt nichts gesehen, wo ich mir das nicht auf Twinks dann hätte holen können. Und ja, ist eine, wenn ihr eh mehrere Chars spielt, kostengünstigere Alternative. Ihr müsst halt nur die Zeit investieren mit einem Twink. Aber ich sage mal so, das eilt ja auch nicht. Die Ruhmstufen wird es bis zum Ende von Dragonflight und darüber hinaus geben. Und selbst wenn ihr mit jedem Char, weiß nicht, 10 Rufstufen in einem Patchzyklus macht, kommt ihr am Ende des Addons trotzdem auf die Maxstufe und könnt euch den ganzen Bums noch holen, den ihr vorher nicht bekommen habt. Ich hoffe, ich habe das halbwegs verständlich erklärt. Damit danke an euch fürs Zusehen. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst ihr gerne ein Like und ein Abo da. Es ist leicht dahergesagt, aber ihr helft mir damit wirklich enormst weiter, um diese Arbeit aufrechterhalten zu können. Und damit danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video und reingehauen. Bis zum nächsten Mal.